Wie geht es Ihnen eigentlich gesundheitlich? Schlecht. Aber ich traue mich nicht zum Arzt zu gehen. Wovor haben Sie Angst? Vor der Wahrheit? Nein, vor den Ärzten. Man hat sie gereizt. Wodurch? Ein paar haben protestiert gegen die Überindustrialisierung unseres Zeitalters. Ärzte? Nein, natürlich nicht. Feinde der Ärzte. Feinde der Ärzte. Gönnen die gönnenden Ärzten nicht die schönen, neuen, teuren Krankheiten unserer Industriegesellschaft? Ja, aber da wir Menschen für die Industriegesellschaft ja nicht geboren worden sind, sind wir ein Gesundheitseffekt an und für sich. Und weil wir nicht mehr kränker werden können, als wir ohnehin schon sind? Medizinisches Nullwachstum. Wachstum gibt es nur mehr in Lebenshilfen, bis es eines Tages nur mehr Hilfsleben geben wird. Glauben Sie mir, das Leben ist an und für sich Krise.